Hallo liebe Essex-Freunde, der 3020 zählt noch zu den Neulingen in der Stabilitätskategorie. Mit der dreiteiligen Mittelsohle in unterschiedlichen Härten baut er allerdings auf den Änderungen des Vorgängers auf. In der aktuellen Version steht der Komfort im Schaftbereich im Fokus. Besonderheiten aber wie die Kombination einer Low-Profile-Machart zusammen mit einer etwas breiteren Basis bleiben erhalten. Der Gel 3020 bleibt also der perfekte Running-Schuh für alle Läufer, die eine direkte und stabile Schuhplattform mögen. Aber auch der Gel 3020 hat wieder einige Neuheiten zu bieten. Das flexible Schnürsystem mit Einzelösen in der Schnürleiste bietet mehr Anpassungsspielraum. Es passt sich individueller dem Fuß an und lässt den Zug der Einzelösen direkter und gerichteter wirken. Bei der Produktion des neuen und umweltfreundlicheren Obermaterials werden 33% weniger Energie verbraucht und 47% CO2 eingespart. Auch hier sorgt das nahtlose PHF im Fersenbereich, innen und außen für erhöhten Komfort und verbesserte Passformen. Also nicht mehr zögern, den 3020 einfach ausprobieren. Viel Spaß! Vielen Dank! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020